Moin, Carsten hier von einfachfotos.de Heute Morgen bin ich bei Fotokiefer Die haben hier ein wunderschönes Sortiment an Kameras und vielen anderen Dingen Aber was ich euch erzählen möchte, es geht um Graufilter Die ich auch in den Kursen immer wieder gerne verwende und euch vorstelle Graufilter gibt es in unheimlich vielen verschiedenen Arten Aber auch Größen, dass sie genau auf eure Kamera oder Objektive passen Und das, was ich in den Kursen euch erzähle, habe ich mal in einem Film gefunden von dem Martin Wagner Den er mir zur Verfügung gestellt hat, den darf ich auch verwenden, um das euch mal zu zeigen Also ich zeige euch mal kurz, welche Filter es gibt für die Kameras Schaut mal hier, einmal umdrehen hinter mir, da seht ihr schon diese ganzen Filter von der Firma Dörr Da gibt es verschiedene, die immer unterschiedlich sind in dem, was sie an Licht schlucken Aber genaues dazu erzählt euch der Martin Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und vielleicht sehen wir uns mal auf einem der Kurse Bis bald, ciao! Hallo und herzlich willkommen heute zu der Folge Warum Neutral Graufilter Mein Name ist Martin Wagner und man kann sich natürlich fragen Warum wollen wir überhaupt Licht wegnehmen, sonst wollen wir immer Licht dazu noch haben Das hat etwas zu tun mit dem Dreieck der Belichtung Dreieck der Belichtung kennen wir alle, wo wir über Zeit, Blende und auch die Filmempfindlichkeit einstellen Wie viel Licht wir im Prinzip nachher beim Bild haben, wie hell das Bild ist Zwei dieser Elemente sind auch beim Dreieck der Bildgestaltung wichtig, nämlich Zeit und Blende wieder Zusätzlich kommt hier ja nochmal für die Bildgestaltung das Thema der Brennweite hinzu Für Klugscheißer natürlich ist es nicht die Brennweite, sondern Abstand zum Objekt Aber um es einfach zu halten, die Brennweite Und bei Blende und Zeit, da wissen wir, das ist ganz wichtig, sowohl für Helligkeit als auch für Bildgestaltung Also schauen wir uns das nochmal genauer an Bei der Blende stellen wir ja ein, das Öffnungsverhältnis des Objektivs Im Prinzip wie viel Licht überhaupt erstmal reinkommt Und das ist bildgestalterisch natürlich dann enorm wichtig Weil bei einer geschlossenen Blende, das ist ein großer Wert, kleine Blende ist ein großer Schärfenbereich Bei einer offenen Blende, kleiner Wert, offene Blende, haben wir einen geringen Schärfenbereich Also einfacher Merksatz, kleine Blendenzahl, kleiner Schärfenbereich, große Blendenzahl, großer Schärfenbereich Und auch bei der Zeit haben wir natürlich die Gestaltungsmerkmale und Gestaltungsmöglichkeiten Hier mit einer langen Zeit kommt das Wasser, da wird es immer gerne gezeigt Kommt das Wasser so ein bisschen fließend, wenn ich eine kurze Zeit habe, ist das natürlich eingefroren Die Graufilter selbst gibt es in unterschiedlichen Stärken Hier etwas, was ich von der Firma B&W mir ausgeliehen habe Wichtig ist hier zu sehen, dass wir zweite Spalte entweder Filterfaktoren angegeben bekommen Also wo ich dann einfach eine Zeit multiplizieren muss Oder aber, was ich am handlichsten finde, über die Blendenstufen Da weiß ich halt gleich, wie viele F-Stops ich denn da rauf oder runter gehen muss Und dann für die Techniker die Dichte ND, Neutral Density, neutrale Dichte Also, was können wir mit dem Ding alles machen? Schön, Bildgestaltung, geringer Schärfenbereich, haben wir eben schon angesprochen Und hier ein Bild, wo es mir nicht möglich war Das ist vorletzte Woche in Istanbul fotografiert worden Man sieht, 4000 Sekunde, Blende 4 Ich konnte nicht eine kürzere Zeit nehmen, um eine offenere Blende zu haben Um einen geringeren Schärfenbereich zu haben Es war einfach zu hell Neutral Graufilter drauf, überhaupt kein Problem Schon konnte ich das Objekt isolieren Hier mit dem Vogtender 09525er bei offener Blende Thema Dynamik Auch das, wir lassen hier mal kurz einen Film ablaufen Wir haben hier eine Windkraftanlage, die sich dreht, nicht besonders schnell Und wenn ich das jetzt fotografiere, dann friere ich es erstmal ein Nicht so dolle Wir haben ja gelernt, ein bisschen abblenden Können wir vielleicht längere Zeit nehmen Aber hier maximal abgeblendet, 22 Sekunden Habe ich eine hundertstel Sekunde Ist auch nicht besonders dynamisch Dann einfach Neutral Graufilter drauf Und schon habe ich hier mit einer Achtel Sekunde Ein Bild, das deutlich verwischter ist Hier nochmal ein bisschen schöner vom Bildaufbau her Ich kann das Ganze sogar noch steiger mit einem etwas stärkeren Neutral Graufilter Oder ein bisschen abblenden, wie hier eine Sekunde Und maximal sogar hier mit einem ganz starken Neutral Graufilter 15 Sekunden Hier sehen wir übrigens auch schon eines Die Neutral Graufilter neigen so ein bisschen dazu Das Bild etwas gelblicher dargestellt zu haben Wir können das natürlich ganz einfach entweder über die Bildbearbeitung ausgleichen Oder aber wir gehen hin und verwenden einen Infrarot Sperrfilter Dazu nachher mehr Infrarot Sperrfilter, der das dann auch verhindert Typische Anwendung eines Neutral Graufilter ist es auch Irgendwelche Denkmale oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten ohne Menschen darzustellen Also hier, 50 Sekunde, Blende 8 Klar, jeder der mir durchs Bild läuft, ist mit drauf Hier Neutral Graufilter, 20 Sekunden Da sind nur noch die Menschen, die sich hingesetzt haben und sind auf dem Bild Die Leute, die durchgelaufen sind, überhaupt nicht mehr dabei Zusätzlich gibt es auch hier nochmal eine sehr schöne Bildstimmung Durch diese Flaggen, die im Wind sich bewegen Dann eines meiner Lieblingsthemen natürlich auch Lichtmalerei Hier ein Bild von Matrax, von der 85 Das ist sowas Typisches, was man dann halt so als Lichtmalerei macht Mit Belichtungszeit, manchmal 20, 30 Minuten Natürlich nachts Und jetzt könnte man natürlich fragen, wozu will ich da ein Neutral Graufilter haben Nämlich ums tagsüber zu machen Hier der große Feldberg im Taunus Maximal abgeblendet, Blende 22 Ich komme nicht länger als eine 20 Sekunde Also viel zu kurz, um irgendwas mit der Lichtmalerei zu machen Und hier jetzt mit 64-fachem Neutral Graufilter kann ich 10 Sekunden machen Hier sieht man mich extra mit kurzen Hosen, damit man über die weißen Beine noch schöner sieht Auf dem nächsten Bild, nämlich mit einem tausendfachen Neutral Graufilter Also 10 Blenden Unterschied Bei offener Blende 3.8 mit diesem Objektiv 20 Sekunden und hier habe ich genügend Zeit Um so einen schönen Pfeil für die Hunde, die da zu malen Gleichzeitig noch kombiniert mit dem Dramatikfilter der OMD Eine sehr interessante Geschichte Also ich kann deutlich besser die Lichtführung, die Lichtgestaltung einfach machen Mit dem Neutral Graufilter Und ein sehr schönes Beispiel ist auch der sogenannte Nachtblitz Nachtblitz heißt, dass ich normalerweise bei Tageslichtaufnahmen zunächst erstmal sage Gut, das ist jetzt eine normale Tageslichtaufnahme Auch wieder in Istanbul, man sieht den Nobelisten im Hintergrund Im Vordergrund schön diese Mülleimer Wir haben auch die Reflektion der Sonne hier drin Wenn ich jetzt einfach nur Neutral Graufilter davor mache Habe ich erstmal nichts gewonnen Außer dass die Leute, wie wir es eben schon angesprochen haben Die Leute ein bisschen verwischt sind Der Gag ist aber jetzt folgendes Hier auch wieder die Reflektion der Sonne Der Gag ist folgendes Wenn ich jetzt hingehe und da auch die Zeit ganz kurz mache Also dass ich eigentlich ganz stark unterbelichte Dann haben wir eigentlich nur noch die Reflektion der Sonne Sonst sehen wir fast gar nichts mehr Wenn ich jetzt blitze und bei einer 2,5 Sekunde kann ich ja ganz einfach blitzen Und hier habe ich den Vordergrund aufgehellt Sodass ich wie ein sogenannter Nachtblitz das Ganze denn hier erscheinen kann Also eine sehr, sehr interessante Geschichte, um das auch so machen zu können Ich kann das natürlich dann auch hier nochmal sehen Das ist die Reflektion der Sonne Und die Reflektion des Blitzgerätes ist natürlich deutlich dominanter Bei einem Bild, was ich jetzt ein bisschen ausgewogen noch nochmal gemacht habe Auch das sehr schön machen wir Beide Reflektionen da zu sehen Aufs Wasser, weil es immer so gern gemacht wird Und auch wirklich in der Landschaftsfotografie ein sehr, sehr schönes Gestaltungselement ist zurückzukommen Habe ich mal ein paar Bilder, die ich mir von dem Holger Wieborg ausgeliehen habe Hier ganz klassisch 125 Sekunde eingefroren Naja, nichts Besonderes Wir gehen hin, fünftel Sekunde, sieht es schon mal ein bisschen schöner aus Und hier hat sich der Holger Wieborg aus einem Schweißerglas Ein Neutralkrauffilter gemacht Deswegen eine sehr starke Grünlich-Färbung Ich habe das mal ein bisschen entfärbt Sodass wir hier bei 53 Sekunden sehr, sehr weiches Wasser denn dann bekommen Das Ganze natürlich auch schön künstlerisch einsetzbar Auch wieder ein Bild vom Holger Wieborg Also sehr, sehr schön dort einfach mal mit offenen Augen durch die Gewässer gehen Oder in der Nähe der Gewässer gehen Um sich da ein paar schöne Bildmotive zu machen Ein weiteres meiner Lieblingsdinge ist ja Timelapse Und beim Timelapse ist auch nochmal ein Effekt ein ganz wichtiger Nämlich, dass wir hier hingehen Und wenn wir dort eine Belichtung kurz jeweils machen Ich gehe nochmal zurück Hier eine 250. Sekunde Dann blitzen die Leute ja immer nur mal ganz kurz auf Weil hier alle paar Sekunden nur mal ein Bild gemacht wurde Und die Leute laufen ja schnell durch Also immer nur so kleine Blitzer der Leute drin Und wenn ich dann hingehe und sage So, und jetzt machen wir mal eine längere Verschlusszeit über den Graufilter Da habe ich eine ganz andere Dynamik drin Und deswegen ist ja auch eine der Lieblingssprüche der Timelapser Drop the Shutter Dass ich das also immer dann ganz genau sehe Wenn ich hier schon wieder Bilder von Istanbul habe Eines ganz, ganz wichtig Kurzer Warnhinweis, bevor wir die Wiederholung machen Erblindungsgefahr Die Graufilter sind nämlich infrarotdurchlässig Und ganz fatal Das Auge denkt Hurra Ich habe da ja ganz wenig Licht Macht die Pupille auf Trotzdem kommt sehr, sehr viel infrarotes Licht durch Deswegen haben wir auch die leichte Gelbfärbung Also bitte nicht zur Sonnenbeobachtung nutzen Und nun zur Wiederholung Im Schnelldurchlauf Also zum einen geringe Schärfentiefe Egal ob es draußen ist Man kann es sogar auch Wenn ich jetzt eine Studioblitzanlage habe Die ich nicht besonders stark runterringen kann Kann ich das auch sehr schön im Studio einsetzen Das Thema Dynamik Um dort einfach mehr Dynamik in die Bilder rein zu bekommen Dann Aufnahmen ohne Menschen zu machen Diese Dinge halt auch Einfach wenn wieder einer durchläuft Der ist dann weg Lichtmalerei am helllichten Tag Auch das ohne Probleme machbar Am Tag dann natürlich auch der Nachtblitz Um diesen Effekt einfach zu erreichen Das fließende Wasser Denn hier auch mit dem Neutralgraufilter Wirklich fließend darzustellen Und last but not least Mein Lieblingsthema Timelapse Ja soviel zum Thema Graufilter Von Martin Wagner Vielen Dank Martin Für deine ausführlichen Informationen Ich hoffe euch hat es auch gefallen Und vielleicht sehen wir uns mal Beim Test mit den Graufiltern Bis dahin wünsche ich euch auch Allzeit gut Licht Bis bald